Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Reft. Das ist kein Reft mehr, das ist eine Yacht. Let's go. Das sind jetzt immer still und heimlich, meine YouTube-Intros. Ihr merkt das gar nicht. Da habe ich jetzt auch erst kurz mit angefangen, aber das werden immer die Intros sein. Lustig, ne? Richtige Villa aufgebaut. Matthias, bitte. Villa. Eine Villa, sagt er. Sag ich nix, du Villa, sagt er. Da wird eine fucking Yacht, wird das. Matthias, da wird eine fucking Yacht. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Du bist gar nicht beeindruckt. Lügen darf man nicht. Da hat selbst meine Mutter schon mir gesagt. Matthias, das macht man nicht. Hättest du jetzt richtige Props mal geben können. Jetzt hat sie kurz die Chance. Ich sag mal so, wenn sich hier zwei Viewer treffen, im Chat, männlich-weiblich, die können für fünf Subgifts, können die auf jeden Fall mal eine Nacht hier verhaken. Nur ich bin ja kein Arschloch. Das ist kein Ding. Wenn sich zweimal hier gefunden haben, save. Warum nicht? Die Tür ist dann offen. Stell dir mal vor, ey, könnten wir machen. Ich könnte meine Yacht vermieten dann. Okay, ich habe keine Angst, Leute. Ich habe euch dabei heute wieder. Das ist gut, das ist super. Very good, very nice. Very good, very nice. Aber warum ist er so weit weg? Okay, die Lichter zeigen mir auf jeden Fall an. Yo, du musst hier lang. Ich gehe trotzdem erst nach links. Okay. Was haben wir denn hier? Aha. Da ist dann noch eins. Okay. Da ist noch eine kleine Hütte mit einer Fahne drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich finde das auch immer strange. Wir haben jetzt hier schon so eingebaut. Kann ich hier auch wieder? Ja, okay. Also ich muss nur Kabel ziehen. Gut. Hier sind Häuser. Hier ist danger, danger. Kabel ziehen. Oh, warte. Muss ich das dann da reinpacken? Nee. Ach, da oben. Warte. Da, 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 da. Oder? Ja. Ah, ich muss jetzt... Ah, okay. Ich muss jetzt alles hier miteinander verkabeln. Right? Ich habe keine Ahnung. Ah, Moro, guck mal. Ich bin doch nicht doof. Guck dir das mal an. Bruder. Moin an alle. Grüß euch, grüß euch, grüß euch, grüß. Moini. Ah, hier ist der Daddy zu Hause. Welcome home, Daddy. Danke. Ich dachte jetzt nicht der Jim, ne? Sondern ich meinte den Computer. Ah, schön. Ja, ja. Ah. Okay, da werde ich auch nicht schnell durchkommen. Das ballert, glaube ich, zu viel. Das kommt erst später. Ich denke mal, wenn ich irgendwo alles angeschlossen habe, dass die Lüftung dann wieder funktioniert oder so und ich dann erst rein kann. Wenn ich logisch denke. Da. Ey, geil. Man muss nicht laufen. Ja. 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 Polarbären einfach. What the fuck? Bitch. Boah. Boah, Junge, ey. Mein Bohnen ist fast kaputt, guys. I've already lost Miranda. I will not lose you too, Henry. You're just following the signal far south. I know it's from my sister. There's no doubt. Henry is skeptical. He thinks the cold will be dangerous. I'm most scared of whatever is out there in the snowstorm. Super, ich wollte auch noch meinen Bogen auffrischen. So blöde Sau. Boah, wie, warum bewege ich mich heute so anstrengend mit? Das ist ja crazy. Was ist denn heute los? Hat sich irgendwas verändert? Hallo? Okay. Haufenweise Loot. Genauso wie es mir gefällt. Ich liebe es. Neue Notiz. Scheiß auf die neue Notiz. Coins. Coins. Loot. Coins. Loot und Coins. 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 Entschuldigung. Coins. Entschuldigung. WLAN. Free WLAN. Ach, das sind Server. Server. Alles mit den zwei Server. Die laufen alle mit Hamari. Okay, viel Auswahl haben wir hier nicht. Flügel, Kreise. Penis. Haken. Greifhaken. Und eine Spitzhacke. So, auf jeden Fall. Die Plakate haben Nummern. Habe ich gerade gesehen. Acht. Zwei. Pass mal auf. Das ist dann. Die Sterne zählen vielleicht. Die so hell leuchten. Warte mal. Storch ist eins. Eins. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Neun. Yes. Ey, Anker. Geil. Einen Schlüssel. Selene Schlüssel. Alter, war doch gar nicht so dumm gedacht, ne? Also, ey, da bin ich selber drauf gekommen, oder? Ich bin selber drauf gekommen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bin selber drauf gekommen. So, Feierabend. Bin selber drauf gekommen. Da oben. Wo ich nach da oben? Das hat gar nichts gebracht. Das Kind, Detto, ist wirklich smart. Using Material we salvaged, he was able to fix up my boat. Ruben ist recovering, too. But, uh, he doesn't seem to want to talk to me a lot. Both of them stare whenever I talk to Henry. Henry, Henry doesn't like the way they look at us. He doesn't like. Aha. Gibt's eh nichts zu sehen. Wie, der war es jetzt schon, oder wird? Ihr habt mich angelügt. Biokraftstoff, Raffinerie. Fortgeschrittene. Oh, top. Coin. Coin. Noch ein Coin. Sonst nichts? Noch mehr Coins? Da war alles jetzt hier. Schau mal auf den Tisch oben. Das ist gut. Damit wir uns hier ein bisschen Wege sparen. Safe. Schau mal auf den Tisch oben. Oh, Lötlampe, danke. Das ist ehrlich, habe ich gar nicht wahrgenommen. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Coins werden überbewertet. Smart. Geil. Okay, sag jetzt aber nicht jetzt hier wieder irgendein Bossfight oder so. Steuerstab. Braurig. Ach, die ganzen Ratten sind verstrahlt. Steuerstab. Ach, meine Rüstung geht auch kaputt. Dann sterbe ich. Okay, Roger. Ach so, das steht da. Oh nö. Ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich erst zurück. So ein Scheiß, ehrlich. Das ist so ein Schmarrn schon wieder hier alles. Und dafür haben sie ein Jahr wieder gebraucht. Ein Jahr. Warte. PM 61. 61. 17. 1, 16. 17. 17. 17, 37. 37. Geil. Danke euch. Ich danke euch. Steuerstab erhalten. Warte, kann ich ja einmal looky looky machen. Spinnen? Jetzt gibt es ja auch noch Spinnen. Okay. Jetzt gibt es ja auch noch Spinnen. Boah. Da sind auch Käfer. Ja, ich konnte nicht hinten. Warum sind hier keine Ratten oder so? Warum auf einmal Käfer? Warum Käfer? Gegen den Leuten die Idee wieder aushört. Aha. Aha. Wow. Ja, okay. Okay. So. Au. Smart Tebo einfach wieder am Start. Was willst du eigentlich? Geh mal nach Hause. Lobob kacktun. 1, 2, 2, 2. Und ist jetzt nicht hier überall vergiftet, ne? Top. easy coin und haben wir hier elektrischer schmelzer ich habe mich erschrocken du dämliche sau ja warte jetzt hören ja halt deinen schnauze ich bin fertig ich pisse mich ich bin durch ab zur nächsten insel easy nein mein spaß willkommen im team machst du gut ja top hast du den bauplan mitgenommen ich brauche keine baupläne leute ich kann das auch so wenn ich die aufhebe guck mal wenn ich das so mache dann habe ich das automatisch schon ich brauche diese pläne die pläne sind nur zum aufhängen da ist nächste insel utopia dann ja die pläne sind ja